So, dann gucken wir doch mal nach, was die Fallakte so ergibt. Ähm... Al, der Diebstahl. Wir haben den Mann mit der roten Nase. Ein Obdachloser und Ex-Sträfling, der in Eigenregie in die Zentrale des Mazzogane-Familie einbrach, kam mit 100 Millionen Yen davon, nachdem er Kaito mit einer Waffe bedrohte und ihn zwang, den Safe zu öffnen. Das Geld wurde jedoch kurz nachdem von Hagashi wieder eingesackt. Wo sich Rettnungsgerade befindet, das weiß niemand. Also es ist doch komisch, dass ein Obdachloser weiß... Ähm... Ha... Woher weiß der das? Das ist... Alles ein bisschen komisch, oder? Den Höschen. Ja, Höschen müssen wir auch noch machen. So. Dann fragen wir mal nach Red Nose. Und da fangen wir am besten im Park an, ne? Würde ich sagen. Da soll man anfangen? Ja, im Park, genau. Da fangen wir mal an. Das ist ja hier gleich um die Ecke. Okay. Müssen da aufpassen, weil hier vorne die Typen wieder um die Ecken kommen. So, dann fragen wir mal die Jungs. Auf einen, aber von Red Nose weiß. Hallo Leute. Bist du da nicht? Ähm... ... ... ... ... ... ... Hm. Hier nochmal fragen. Guck mal hier um die Ecken rum. Ah, hier ist einer. Vielleicht weiß der ja was. Ich habe es mir schon ver- Ach, da sind noch mehr Plätze. Ach, du Schande. Ja, dann gehen wir mal zum nächsten Platz, der da auf dem Weg ist. Ja, wir müssen hier echt viel Klinken putzen. Was ist denn für ein Geräusch? Wir müssen hier echt viel Klinken putzen, muss ich sagen. Aber mein Laufen wird besser, habe ich das Gefühl. Okay. Dann gehen wir da mal rüber. Und fragen hier mal nach. Was ist denn hier einer? Da. Vorher haben wir noch eine Schraube. Hallo? Ein Spielpass. Hä? VR Dyson Cup. Oh, cool. Hm. Oh, cool. Okay. Dann gucken wir mal auf die Karte. Beziehungsweise bei den Skills. Würfelglück. Habe ich nicht freigeschaltet. Ja, dann müssen wir da wahrscheinlich erst mal hin. Dann gehen wir da mal hin, Leute. Cool, VR. Oder VR. Ja, dann sehen wir hier schon wieder welche von der Matsugane-Family. Im Moment... Ach, wieder in die falsche Richtung. Meine... Alter, das mit dem Handy, das ist ja echt hier ein bisschen tricky, ne? Da sind welche. Das sieht man doch schon wieder. Ach. Sollen wir die jetzt ausschalten oder nicht? Was meint ihr? Kann ja bestimmt auch... Ach, nee, kann ich nicht. Können auch langsamer gehen. Wie weit ist es denn noch? Ähm, wenn die gerade ausgehen, gehen wir gleich links rein. Naja, so ein Stückchen, ne? Hier war doch dieses Casino hier unten drin, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, hier war das Casino unten drin. Wollen wir mal gucken, was die machen. So viel Zeit muss sein, Leute. Es geht um VR. VR. Yeah. Aber der eine ist so ein Zipfelmann da, seht ihr das? Der geht immer an den Zipfel ran. Ja, ich komme hier nicht drüber, ne? Naja, dann gehen wir mal drum rum. Die gehen geradeaus, wir müssen links rein, wie praktisch. Ja, viel Spaß. Geht mal. Geht mal. Wir gehen hier weiter. Dann müssen wir hier. Aber hier waren auch immer welche, ne? Oh. So, hier soll das sein. VR. Gehen wir mal rein. Mhm. Hallo. Ah, da ist ein Cup. Ein VR-Pool-Würfelpaar. Ja, cool. Für ein kostenloses Probespiel. Davon genügt ein einziges Exemplar. Haben sie Dyson Cup schon einmal gespielt? Nein. Verstehe, in diesem Fall freut es mich, ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin heute ihre Rezeptionistin. Naizo, da iso. Naizo, da iso. Hört sich an wie nice and pleis. Oh je, die haben es. Hoffentlich macht Ihnen diese einzigartige Erfahrung Lust auf mehr. Danke. Ich werde Sie heute durch den kurzen Kurs begleiten. Die Kunden, die sich auf dem kurzen Kurs gut schlagen, erhalten eine besondere Belohnung. Das Ziel besteht darin, ein Level mit mehr als zwei Würfeln in Ihrem Besitz zu beenden. Geben Sie Ihr Bestes. Ist es das, was der Obdachlose haben wollte? Schätze, ich sollte den Preis für ihn gewinnen und ihm dann bringen. So viel zu den Erklärungen. Wenn Sie nun diese VR-Brille aufsetzen würden... Mach ich doch gleich mal. Damit sind Sie bereit. Genießen Sie Ihren Ausflug ins virtuelle Kamurocho. Ja. Ui. Ja, Leute. Ihr müsst, wenn ihr noch kein VR gespielt habt, macht das auf jeden Fall mal. Es ist einfach irre cool. So, und jetzt? Ah, Kamera zu setzen und bewegen, erhalten eine Gegenstände ansehen, Bonusbelohnung, umsehen. Hm, okay. Regel ansehen, Y. Beim Brettspielen, da ist es eine Mischung aus Sugoroku und VR. In der Deine Würfel, Deine Realität bestimmen. Du kannst Deine Gewinnahmen in der H umtauschen weiter. Der Standard-Regelsatz ist ein bisschen lockerer als der Challenge-Regelsatz. Jedes Feld auf dem Brett aktiviert eine Mission, wie zum Beispiel ein Kampf oder ein Schloss, das geknackt werden muss. Ein Regelsatz mit einem höheren Schwierigkeitsgrad, aber auch besseren Belohnungen. Du kommst über eine hohen Punktzahl, einen netten Bonus. Wenn du jedoch schon vor Ende des Spiels keine Würfel mehr hast, ist das Spiel. Aha. Würfeln. Abbildung 1 auf der linken Seite ist der Würfel. Drücke A, um zu würfeln. Drücke A, um den zu stoppen. Die Zahl, wie viel Filter du vorrücken darfst. Der Würfel hat das Sagen. Mit jedem Wurf sinkt die Zahl auf der linken Seite. Diese Zahl zeigt an, wie viele Würfel du noch im aktuellen Spiel hast. Aha. Verneige dich vor dem König der Koronian. Aha, das ist die Katze, ne? Oder? Ist der Anführer des Koronian-Stamms und reagiert von seinem virtuellen Palast. König Johann taucht in der mittleren und den langen Kursen auf. Wenn du auf Koronian triffst, wird der Bonus-Event-Kuron-Modus freigeschaltet. Heide, heide. König Koronian sorgt dafür, dass dich deine Gesundheit wieder voll auffüllt und kann sogar deine tödlichen Wunden aus einem Kampf heilen. Ab und zu taucht ein goldener Gegner während eines Kampfes aus. Besiege ihn, um Koronian auf den Plan zu rufen. Schnapp dir, König Koron, sobald du ihn entdeckst. Aha. Der einsame Wanderer des virtuellen Koron-Modus. Ach Gott. Er ist ein gewiefter digitaler Dieb, der es bevorzugt auf Spielerdaten abgesehen hat. Taucht in den mittleren und langen. Wenn du auf Koron und Nann triffst, verlierst du all deine Gegenstände. Nachdem er deine Gegenstände gestampft hat, fliegt Koron auf ein anderes Feld. Nachdem du ihn gejagt und endlich gefunden hast, kannst du ihn zu einem Kampf heraus. Gewinnst du, bekommst du deine gestohlenen Gegenstände zurück. Wenn du dich gut anstellst, kannst du sogar einen Bonus sichern. In seltenen Fällen treten Violette Gegner während eines Kampfes auf den Plan. Wenn du gegen einen solchen verlierst, taucht ein neuer Koron auf dem Spielfeld auf. Das große Geld lockt. Wenn du auf Koron und Nann triffst, wird der Koron Modus aktiviert. Während der Koron wird jedes Feld zum Koron und Nann fällt. Hinter jedem Koron und Nann fällt ein Bonus Challenge. Boah, ey. Der Koron und Nann endet, indem du noch einmal vorgerückt bist. Alles auf Anfangen, wenn du einen Kampf verlierst. Viele der Felder in Dice and Cup lösen einen Kampf aus, sobald du auf ein solches Feld kommst. Wenn du den Kampf verlierst oder nicht innerhalb des Zeitlimits gewinnst, musst du wieder von vorne beginnen. Lass die Würfel sprechen. Wenn du keinen Wurf mehr hast, ist das Spiel beendet. Wenn du keine Würfel mehr hast, werden dir Strafen auferlegt. Standardkurs, du musst alle deine Gegenstände einlösen. Challengekurs, du verlierst alle deine Würfel. Würfel plus Feld, das Betreten erhöht die Anzahl deiner Würfel. Wie viele extra Würfel du bekommst, hängt vom jeweiligen Feld ab. Würfel minus Feld, das Betreten. Ach Gott, ey, was ist das kompliziert? Ey, Geschenkfeld, Kampffeld. Meine Güte. Also, wir gucken, ich würde sagen, wir... Boah, ey. Gott. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was wir hier machen können. Howdy, ich bin Corinan und schmeiße deinen Dice and Cup hier. Ach da. Geborene, aufgewachsenen Hiroshima. Ich habe immer da gefreut, Schön mal ein bisschen Gesellschaft zu haben. Mit A kannst du diese Würfel... Ah da. Ins Rollen bringen. Und sie mit A wieder anhalten. Okay. Okay. Drittens. Gegenstände, die du findest, werden in Bargeldbelohnung verwandelt, wenn alles vorbei ist. Die dritte Regel ist ziemlich wichtig. Aber ich glaube, es geht schneller, wenn ich dir das einfach alles mal zeige. Okay. Nicht nervös werden, Jungchen. Schultern und Backen entspannen und los geht's. Dann drehen wir mal. Und stoppen mal. Oh. Also gut, hast du gesehen, wie die Zahl über den Würfel um eins abgenommen hat? Naja. Ja. Diese Zahl an, wie viel Würfel du in diesem verrückten Spiel noch werfen kannst. Und wenn da eine Null steht, Zack, bum, pop. Game over, Jungchen. Halter, sieh mal die Zahl im Auge, wenn du dich überspielen willst. Ach ja. Je höher die Zahl ist, desto größer fällt der Bonus aus, den du abstaubst. Der Bonus verändert sich. Drückt einfach X um die Einzelheiten anzunehmen. Machen wir weiter, Jungchen. Oh. Ich habe einen Gegenstand erhalten. Okay. Ah, ich habe was zu essen gekriegt. Ne, ein Schmuckstück. Okay. Okay, merkt ihr das? Doch, Essen. Okay. Noch 15 Felder bis zum Ziel. Lass die Würfel rollen. Wieder eine A1, Alto Belli. Und das ist ein Kampf. Okay, je mehr Sterne darauf abgebildet sind, wo denn? Je härter wird der Kampf. Und wenn du gewinnst, wird die Anzahl der Sterne zu deiner gesamten Würfelszahl. Okay. Okidoki. Zeit, um zu zeigen, was welchen Moll zugeschnitten ist. ok ganz normaler kampf ganz normaler kampf ja guck mal witz witzig alter Einer weg. Zwei weg. Oh, da haben wir getan. Okay. Haben wir geschafft. Also kämpfen können wir ja, ne? Bronze. Okay, kann ich eintauschen. Dann werfen wir nochmal. Vier. Eins. Zwei. Drei. Halt! Halt! Nein! Rutsch doch gar nicht. Und vier. Öffne den Safe. Oh, ein Knacker. Das ist cool, das können wir. Ja. Noch ein bisschen. Okay. Das ist gut. Okay. Drei Würfel über. Dann werfen wir mal. Sechs. Ei, ei, ei. Welche Richtung geben war. Links oder rechts. Den linken Button drückst und blick auf die Karte wirfst. Okay. Da ist ein Würfelfeld. Da ist ein Würfelfeld. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das sind beides ein Würfelfeld. Wir gehen rechts rum, würde ich sagen. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das heißt, ich kann doch mal würfeln. Eine vier. Eins, zwei, drei, vier. Oh, ist ein Safe. Cool. Eins. Zwei. Drei. Vier. Öffne den Safe. Cool, machen wir. Sehr schön. Haben wir auch geschafft. Eine Drei. Gucken wir mal. Ein Geschenk. Sehr schön. Nehmen wir. Eins. Zwei. Drei. Ach, schon wieder. Okay. Wir haben noch einen Würfel über. Wo ist denn das Ziel überhaupt? Oh. Ja. Ich habe fünf. Da ist das Ziel. Eins. Zwei. Drei. Vier. Wir haben es geschafft, Leute. Cool. Das Spiel. 70.000. Ja, cool. Okay, das haben wir geschafft. Okay, das haben wir geschafft. Und also kannst du dich beim nächsten am kurzen Kurs Standard versuchen. Okay. Dann gehen wir mal zu dem Obdachlosen zurück. Vorher möchte ich aber nochmal was testen. Haben wir jetzt den Skill da unten freigeschaltet. den da. Ah, haben wir. Cool. Wo ist er? Da. Würfel Glück. Das machen wir doch mal, ne? Oh, da war ich zwölftausend. Okay. Dann gucken wir mal, wo die Obdachlosen nochmal waren. Am Ahr der Welt, genau. Da gehen wir auch wieder hin. Jetzt müssen wir nur aufpassen wegen den... ...lieben, netten Leuten. ...die ja hier überall sind. Aber wir sehen sie ja eigentlich sofort. Keiner hier, das ist schon mal gut. Aber jetzt, pass auf. Keiner da. Cool. Ich seh keiner. Seht ihr welche? Ich seh keiner. Da sind sie. Scheiße. Ah, haben sie es schon gesehen? Ne. Doch haben sie uns schon. Ja, komm, dann machen wir sie mal eben. Ja, komm. Und weg mit dir. Ja, kannst du ihn gleich mitnehmen. Ach, Leute. Also wirklich. Ja, ja. Du mich auch, was? Wo ist er denn? Da drüben war der, ne? Hier. Gehen wir mal zu ihm und so sprechen mit ihm. Kommt wieder die Schraube. Ich hab mir mal mit. Kein Preis. Kein Preis. Oh, nein. Aber ich habe mich auf den Aka-Hana-Nasen gekauft. Ich habe den Namen von der Aka-Hana-Nasen gefunden. Ich wusste nicht, dass ich das Aka-Hana-Nasen wusste. Aber wenn man ein Aka-Hana-Nasen befindet, dann ist es gut. Hm? Ich habe die Menschen gesagt. Ah, genau. Der hat sich mal auf. Na, du bist der Aka-Hana-Nasen, die du da bist. Okay, warum gefällt mir der nicht? Irgendwie gefällt er mich. Wir müssen uns also beeilen, da hinzukommen. Okay, das machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Bis dahin erst mal. Ciao.